Ja, ich denke, jetzt haben wir endlich unseren Weltuntergang. Auf wir den ganzen Zeit gewartet haben. Umso heftiger gerade unser Knöte-Richthaut auch schon hat. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch ein Video drehen für morgen. Mit dem da? Doch noch mal. Aber können voll lachen. Innen ist er jetzt relativ fertig. Oh, seine Fußmatten haben sich gerade selbstständig gemacht. Ja, immerhin, es kommt eine Abkühlung. Okay, bis später. So, nachdem die Welt untergegangen ist, ist er wieder da. Ja, okay. Warum sind wir schon wieder beim Skoda? Wie gesagt, insgesamt wollte ich den Wagen ein bisschen aufbereiten. Bei Fahrzeugen, die sehr häufig genutzt und auf die wenig geachtet wird, haben wir oft das Problem, dass hier, naja, sieht nicht besonders gut aus. Ich werde das jetzt mal mit meiner Politur einmal durchschroben, wie man so schön sagt. Bevor der Wagen nochmal in die Waschanlage geht. Da war er nämlich noch nicht. Einmal so richtig in die Waschanlage. Bevor er da reingeht, erstmal die Einstiege machen und so weiter und so weiter, ist noch einiges, was mir aufgefallen ist. Ich habe eigentlich gesagt, das ist das finale Video das letzte Mal, aber irgendwas ist ja immer. Ja, soweit ist alles trocken mittlerweile. Steht ja immer schön in der Sonne, das geht. Ja, da sauge ich jetzt nochmal durch, dann kommt die Fußmatte da rein. Ja, wird. Okay, ich poliere mal. Ist das nicht wirklich aufregend. Bis gleich. Ja, jetzt sind wir nochmal ganz kurz vorne. Ich will den Behälter austauschen. Ja, er wird letztendlich nicht wirklich sauber. Der ist ja unterteilt in mehrere Etagen und Stufen. Hier unten. Da drin sieht man es auch. Das ist nicht einfach eine Dose. Jetzt habe ich gesehen, irgendein Scherzkeks, wahrscheinlich der Vorvorbesitzer, hat den Schalter hier gebrückt. Hinterlich ist ja kleiner Sack, ne? Der wusste also, dass das Auto kaputt ist. Ja, das nehmen wir mal raus. Das gehört da nicht rein. Das hat ein kleiner Penner. Auch eine Empfehlung, bei solchen Sachen genau hingucken. Das Ding hier ist der Wasserstandsensor, also Kühlmittelstandsensor. Ich habe mich die gewundert, weil ich habe das Kühlmittel schon einmal abgelassen und das Ding ging nicht an, was er eigentlich müsste. Ist ja jetzt kein Wasser da drin. Ich habe das jetzt komplett abgepumpt. Da kam schon wieder eine ziemliche Plurre raus. Das ist das zweite Mal spülen. So, wir wollen mal gucken, ob er jetzt angeht. Eigentlich piepen, ne? Hatten wir schon mal. Kein Wasser drin und er piept nicht. Sehr eigenartig. Ja, ich denke mal, der Kühlmittelsensor wird da drin im AMA sein. Ich wollte schon gerade dieses Wort sagen. Arsch! Wollte ich gar nicht. Ähm, ja. Ja, das kriege ich nicht sauber. Vergesst es. Das ganze Kühlsystem ist jetzt sauber, aber hier drin... Letztendlich ist das nicht viel Aufwand. Der hier muss ab. Der da oben muss ab. Und es muss irgendwie abgeschraubt werden. Und dann hat sich das... Ja, ich tausche hier mal eben aus. Dann komme ich gleich wieder. Wenn man hier jetzt ganz gut sieht... Das ist kein neuer. Ich habe noch einen hier gehabt. PODO 9N. Wir haben vor einiger Zeit mal einen geschlachtet. Nein, nein, nicht der aus den Videos. Wir hatten noch einen anderen hier. Äh, das funktioniert. Alles ganz gut. Damit demzufolge ist der Fabia Woll einen neuen N. Ja, was haben wir denn hier? Ja, steht kein VW drauf. Ist wohl auch ein Nachbau. Okay. Dann explodiert er wahrscheinlich nicht sofort. Die Original-VW haben manchmal die Neigung dazu. Ja, ich fülle mir das Kühlmittel auf. Lassen wir den mal warm laufen. Schauen wir mal, was da so passiert. So, der neue Behälter ist drin. Ist auch keine Spur mehr zu sehen von Öl. Der ist jetzt ungefähr eine Stunde gelaufen. Okay. Wird allerdings noch ein bisschen nachsacken, das Wasser. Äh, dieses Kühlmittel. Ja, grundsätzlich alles VW. Aber hier sieht man zum Beispiel einen vom Polo 6N. Da erkennt man schon ziemlich leicht, dass es etwas schwierig ist, den einzubauen. Der Behälter wird da befestigt. Ansonsten ist er gleich. Also hier den Abgang und hier den Stecker. Der Stecker ist aber auf der anderen Seite. Man erkennt das relativ leicht. Der ist genau umgekehrt. Man kann es umlegen. Das ist nicht das Problem für den Notfall. Lässt man den Stecker halt runter und brückt den. Nur dann ist das zulässig für den Notfall, ne? Falls euch so ein Ding mal um die Ohren fliegt. Passiert durchaus mal. Ja. Jetzt kriegt er noch eine Wäsche. Ich habe die ganzen Kratzer weggemacht, die es hier noch gab. Ja. Sieht kein Mensch, weil das Auto wieder nass, dreckig und weiß der Teufel was geworden ist. Weil hier so ein bisschen die Welt untergegangen ist. Ja. Aber ich denke, sie können sich jetzt wieder sehen lassen. Ja. Ja. Ist eine andere Hausnummer. Geht aber trotzdem noch einmal durch die Waschanlage. Damit der ganze Staub und der ganze andere Kram da runterkommt. Wie gesagt, die ganzen Kratzer habe ich rausgemacht, die so im Alltag passieren. Ja. Die Einstiege hatten wir gerade. Das, was ging, habe ich rausgemacht. Ja. Der Boden sieht gut aus. Alles sauber gemacht. Ja. Finde ich schon mal gut. So. Dann ab zur Tankstelle. Oh, wir sind wieder im Dorf. Auf dem Weg zur Tankstelle. Wir sind im fünften Gang. Ich finde das beeindruckend für so einen kleinen Motor. Das war früher mal ein Verkaufsargument für solche Autos. Also für größere. Der brummelt nicht. Der ruckelt nicht. Der zieht so durch. Und 50. Ja. Ganz geschmeidig. Finde ich sehr beeindruckt. Ja. Wie gesagt, die alten Motoren sind da etwas elastischer. Ansonsten. So. Sieht recht fertig aus. Der Wagen geht jetzt auch gleich bei Ebay rein. Beziehungsweise ich werde die Anzeige starten, wenn das Video hier startet. Äh, die Versteigerung. Ja. Ergo. Der Link ist in der Beschreibung. Oh, bei der Gelegenheit gibt es noch eine kleine virtuelle Probefahrt. Der Bordcomputer sagt übrigens 4,8 Liter. Finde ich gut. Also man müsste auf der Landstraße überhaupt nicht schalten. Ins Dorf rein, aus dem Dorf raus. Ja gut, in der Gegend hier lernt man das auch, dass es sehr entspannt ist, das so zu machen. Wir hatten mal einen Renault Kangoo. 1,9 Liter Diesel mit 64 PS. Sagenhaft. Auch so ein Gummibandmotor. Ohne Turbo. Ja. Und der hier. Ja, jetzt kommt das Dorf. Ganz langsam runter gehen von der Geschwindigkeit. Soja, diese alten Motoren. Die alte Bauweise ist vom Drehmoment wesentlich effektiver als ein 1 Liter 2 Zylinder Biturbo. Da kann natürlich nichts kommen. An Entspannung. Da fährt man dann neun Gänge. Auch schön. Ja. Das ist wie gesagt ne kleine Probefahrt. Aber ihr seht doch ein bisschen was von der Gegend. Das ist doch auch schön, oder? Gegend haben wir nämlich genug hier. Aber jetzt geht's bergauf. Wir sind immer noch im fünften. Der brummt nicht. Der ruckelt nicht. Der zieht so durch. Kein Scherz. Der ist immer noch im Pfiff. Da. 50. Das interessiert den gar nicht. Sagenhaft entspannt das Auto. Der entspannt auch. Man merkt's. Das ist ein reiner Cruiser. Mit dieser Charakteristik. Und so verbraucht er natürlich auch nix. Wir sind immer noch unter 5 Liter, oder? 4,8. Ja. Ich höre mal so. Genau. Bei 50. 4,7 Liter. Redaktion. Und circa 30. Und beim Abbrüchern. Da. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, hier passiert es schon mal, dass eine Katze auf der Straße pennt und man ernsthaft drumrum fahren muss. Die ist, ich glaube, das war die sogar, die da vorne an der Haltestelle, kommt gleich auf der linken Seite, kommt eine Haltestelle, da legt die sie einfach auf die Straße und dann muss man drumrum fahren. Die geht nicht weg. Bis ihr Dorf. Ja, 4,7 Liter. Nicht schlecht. Jetzt haben wir ein Endergebnis. So wird er uns auch verlassen. Ja, ich denke, damit kann man noch ein paar Jahre fahren. Natürlich ist das kein Neuwagen. Aber für die nächsten vier, fünf Jahre kein Problem. 250.000 halten die immer, die Motoren. Ja. Ja. Tja. Dann noch ein schönes Wochenende. Und viel Spaß beim Bieten, falls ihr Interesse habt. Vielen Dank.